Wenn ihr genauso ein Morgens- und Frühstücksmensch seid wie ich, müsst ihr auf jeden Fall hierher kommen, ins River Deck Café. Und zwar haben sie hier den besten Kaffee, den ich seit Wochen getrunken habe. Und man kann den Kaffee mit normaler Milch, mit Laktosefrei, mit Soja, mit Almondmilk haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Außerdem ist das Frühstück super, super lecker und sieht außerdem noch total gut für Bilder und alles mögliche aus. Man hat eine riesige Auswahl, egal ob man Vegetarier ist, ob man vegan essen möchte oder morgens seine Pancakes genießen will. Außerdem hat man einen tollen Blick über den Fluss hier und das Café liegt direkt im Zentrum. Also wenn ihr morgens gerne einen schönen Start in den Tag haben wollt, kommt auf jeden Fall hierher. Und außerdem hat man noch freies WLAN und kann einfach eine tolle Zeit hier verbringen.